Das ist laut Dirk Müller die Wahrheit hinter der Ukraine-Krise. Welche Interessen stecken hier wirklich dahinter und welche Prognosen gibt er in den nächsten Wochen, Monaten ab, beziehungsweise wie wird sich das Ganze entwickeln, wie werden wir uns die interessanten Prognosen mal ansehen und warum das vor allen Dingen auch uns in Deutschland und in Europa trifft und eine Energiekrise durchaus wahrscheinlich wird, das werden wir uns ebenfalls hier im Video ansehen und thematisieren. Dirk Müller hat sich in den letzten Videos auf seinem Kanal und natürlich auch bei einigen Interviews immer sehr kritisch gegenüber der aktuellen Situation geäußert, denn wir wissen vor allen Dingen, dass es zu einigen Preisexplosionen geführt hat. Teilweise hat er ja auch schon kritisiert, dass sich jetzt hochdotierte Politiker darüber äußern, dass man ja jetzt mal frieren solle und man solle jetzt einfach mal das Gas oder das Öl nicht mehr abnehmen von den Russen und gerade auch die Haushalte, also wir in Deutschland, sollen einfach mal frieren und wir brauchen das ja nicht, aber wir unterstützen halt Russland damit nicht. Das sollte doch mal möglichst drin sein. Das hat er natürlich schon erst recht kritisiert, denn das sind oftmals die Personen, die eben definitiv nicht frieren werden. Selbst wenn man dort höhere Tank- oder eben auch Heizkosten bezahlen muss, ist das für die ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und das hat er natürlich ebenfalls wie wir stark kritisiert. Wir haben auch schon ein Video dazu gemacht, welcher Politiker das war, denn dabei wird mir wirklich schlecht bei solchen Aussagen, wer im Endeffekt nicht betroffen sein wird und will dann aber, dass die anderen leiden, ist genauso wie dieser 100 Euro oder 200 Euro Einmalzuschuss für diese gestiegenen Heizkosten, dass da die benachteiligten Haushalte unterstützt werden. Das ist einfach nur ein schlechter Witz. Und gleichzeitig hat er jetzt natürlich die Wahrheit ausgesprochen und das will keiner so richtig sehen von den Politikern, denn es ging niemals laut Dirk Müller um die Menschen in der Ukraine. Es geht nicht um das Solidarische. Das sind keine Menschenfreunde, sowohl die Amerikaner als auch hier sozusagen die russischen Entscheidungsträger hier in dieser Debatte, sondern es geht einfach nur um Machtinteressen. Es geht einfach nur um historische Gegebenheiten. Das gehört uns, das gehört nicht euch, das ist altbekanntes Spiel. Und natürlich, der eine schreit lauter als der andere. Und das ist das Traurige an dieser Situation. Es geht nicht darum, irgendwie den Ukrainern ein besseres Leben zu ermöglichen, sondern es geht einfach nur darum, dass Putin seine Interessen durchsetzt und genauso Joe Biden wie der seinen. Und das macht das Ganze zu einem sehr traurigen Konflikt. Und genauso wie eben auch Dirk Müller sagen wir in der heutigen Zeit wirklich noch, dass das wirklich noch möglich sein kann, neue Kriege anzufangen, das finden wir echt schon peinlich für die gesamten Menschen. Also, dass man in der jetzigen Zeit nicht Konflikte anders lösen kann, fanden wir sehr interessant und auch gleichzeitig verachtenswert. Und dementsprechend hat er jetzt einige drei Stellen angesprochen, die sich ebenfalls dadurch geändert haben. Natürlich wurde einmal der Handel ausgesetzt. Also viele Unternehmen in Russland können gar nicht mehr gekauft werden oder ziemlich alle Unternehmen können dort nicht mehr gekauft werden. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele Banken, die dort spekuliert bzw. spekuliert haben und auf diese Werte gesetzt haben, viel Geld verlieren werden. Und was man ebenfalls nicht unterschätzen sollte, und dazu wird es auch nochmal ein Video hier geben, viele Banken könnten dadurch härter getroffen werden, als viele Investoren denken, denn eine Sache ist klar, die Banken haben ja auch russischen Unternehmen Geld geliehen und dadurch, dass sie jetzt vom SWIFT-System ausgeschlossen werden und fast eigentlich sich alle Unternehmen, auch Banken, distanzieren, ist die große Frage, werden die Banken diese Milliarden Förderungen und Kredite wieder zurückbezahlt bekommen? Das kann durchaus infrage gestellt werden. Gleichzeitig hat Dirk Müller auch einen zweiten Punkt angesprochen und den finde ich auch sehr, sehr peinlich. Das ist natürlich die deutsche Bundeswehr. Es kommen jetzt wieder die altbekannten Nachrichten, dass erstmal überhaupt keine Munition verfügbar ist, dass jahrelang nichts investiert worden ist. Und ich meine, was soll bei dieser Führung der Bundeswehr? Es sind immer nur Frauen, es sind irgendwelche Externen, die sich nicht mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt haben. Dann hat man das Gefühl, die hoffnungslos eigentlich da immer nur Entscheidungen treffen, wo man den Kopf schütteln kann. Also warum kommt da nicht eine fähige Person, vielleicht sogar mit einem militärischen Background an die Macht und der kann dann wirklich mal die Bundeswehr aufräumen, weil man muss es wirklich, man kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich ein Trümmerhaufen, hat man das Gefühl. Es sind die Klamotten nicht ausgerichtet auf tiefe Temperaturen. Es fehlt Munition. Es sind Flieger, die mit Ach und Krach noch irgendwie sich über Lüfte halten können, aber wo auch eben an allen Ecken und Enden fallen die Sachen auseinander. Also es sind einfach die Zeiten, wo man einfach sehen kann, man hat es leicht untertrieben, was man in die Bundeswehr investiert hat. Und jetzt, wo erstmal der Konflikt, sage ich mal, komplett eskaliert ist, da fängt man jetzt an, Milliarden zu investieren. Ist das nicht schon fast schon zu spät? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Bundeswehr auch laut Dirk Müller hier keineswegs für diesen Notfall vorbereitet. Wir müssen ja auch nur mal weiterdenken, sollte es mal wirklich zu einer weiteren kriegerischen Situation kommen, wo dann Deutschland auch beteiligt ist oder mehr beteiligt ist, ja, dann sind wir wirklich fast aufgeschmissen, weil gut verteidigen kann die Bundeswehr hier auch nicht. Also da muss definitiv was getan werden. Auch laut den Amerikanern, wenn es nach denen geht, sollten wir am besten das Ganze verdoppeln oder verdreifachen, was wir in die Bundeswehr stecken. Oder werden sich da wahrscheinlich die Nachbarländer nicht wirklich so gut fühlen, wenn das wirklich Deutschland machen sollte. Es ist also ein Säbelrasseln. Es geht immer wieder um die Machtinteressen. Und eine Sache, das ist der dritte Bereich, das ist gerade auch die Lebensmittelknappheit. Denn alle vergessen bei diesem ganzen Thema, Russland ist ebenfalls ein sehr großer und bedeutsamer Produzent, wenn es um die Basisgüterherstellung geht. Das heißt, gerade auch die Weizenproduktion wird natürlich jetzt dafür sorgen, dass viele Drittländer extreme Schwierigkeiten bekommen. Also jetzt kriegen wir auch schon Nachrichten, dass dort einfach aufgrund von dieser Knappheit an Weizen sich die Haushalte dort keine Brote oder Brötchen kaufen können. Oder eben auch generell, dass es dort wieder Knappheit geben sollte. Das ist wahrscheinlich. Und das macht mich eben auch wieder traurig, dass nicht nur in der Ukraine Menschenleben verloren gehen, sondern einfach auch durch diese indirekten Dominosteine, die dadurch fallen, dass es dort ebenfalls wieder Probleme in den Drittländern gibt. Und nicht umsonst sind die ganzen Schwellenunternehmen, die Schwellenländer mit abgestürzt, weil die natürlich hier auch das Schlimmste rechnen. Die sind natürlich von den höheren Preisen noch deutlich heftiger betroffen, als wir es sind bei unseren Spritpreisen. Und natürlich ist jetzt auch die große Frage, und das hat Dirk Müller jetzt natürlich nicht eindeutig beantworten können, was macht China in dieser Diskussion? Das heißt, die halten sich ja momentan bedeckt. Es könnte ja natürlich sein, dass die vielleicht jetzt die Gunst der Stunde nutzen und Taiwan angreifen. Dann hätten wir die nächste Situation, die nächste Krisenphase eingeleitet. Das heißt, sollten sich die Chinesen auch für Russland aussprechen, wird das natürlich dann doch wieder zu einer größeren Bedrohung. Und dann könnte es durchaus zu einem Dritten Weltkrieg kommen. Sollten sich die Chinesen jetzt auch von Russland distanzieren? Und man kann ja wirklich sagen, dann ist ja jedes Land distanziert. Auch wenn man sich das letzte Video ansieht, die schwarze Liste von Russland, wo so ziemlich jedes Land eigentlich, was nennenswert ist, draufsteht. Bis auf China und Indien sind da so ziemlich alle Länder drauf, die man sich vorstellen kann, mit denen Russland nichts mehr zu tun haben will. Dann muss man einfach sagen, Russland steht momentan alleine da. Und sobald China sich entschieden hat, dann werden wir wahrscheinlich sehen, entweder geht es dann auf den Dritten Weltkrieg aus, oder aber die Situation wird sich ganz schnell ändern, weil Russland eben aufgeben muss, weil sie einfach keine Einnahmequellen mehr haben, keine Handelspartner mehr. Und keiner kann in dieser globalisierten Welt alleine jahrelang durchhalten. Und dementsprechend schreib mir gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare, ob du das ähnlich siehst wie Dirk Müller, wie wird es sich weiterentwickeln. Und wir sehen uns das nächste Mal hier auf dem Erfolgskanal.